Schei-Gol Das ist der Mittelmann Hi liebe Kollegen und willkommen in einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Party Wir werden uns hier noch aus mit was für einem Fressen Also David wählt noch aus Dude wir machen Das ist ein Bowser hier Das bin das fette Kind vom Dienst Das ist ja Monty Ja Und wie du neul ist Habt ihr Thumbnail Super Mario So Was wollen wir nehmen Dein Blick alter Legadär So das ihr wieder eingeschaltet habt Meine lieben Freunde der Sonne Also gerade die Nachricht von der Rosalina gesehen Eine Party vor genau Worauf genau soll ich mich einstellen Ja Auf der Gewalt hinein Nein Nicht lustig Also Wir nehmen Stark oder? Ja Wir sind große Kinder Ja Bist du ein großer Junge Ich bin ein großer Junge Fertig So Platzen wir jetzt noch ein Und freuen uns Und backen alles Mhhh Mhhh Lecker Eis So wunderbar Nicht auf dem Tisch heute bitte Das hat man übelst Weil es Mikro auf Raumboot steht Sorry So So Uns fehlt nur noch eine Ähm Eine Ähm Ähm Bäh Eine Partnerpartie Wir haben jetzt die Ähm Moment Vertrackter Turm Ja Vertrackter Kapsel Das willst du noch eine Partnerpartie So wird's aus Jetzt sogar Und ein Part gibt's Ein Part gibt's jetzt selbst noch Machen wir noch morgen Aber der ist viel kürzer Aber das haben wir so noch die anderen Modine an Kossen Abgehakt an Also das heißt Für alles was ihr seht Gibt's noch 3-4 Parten Weil Wir tun ja das Hier auch bisschen Hier Einteilend Du wigglest hier rum Junge Wie so ein Wiggler aufs Entzuge Junge Jo Endes seid ihr hier Was auch sonst Hast du grad auf ja gedrückt? Nein Vielleicht Sorry ich bin ein dummes Kind So wir müssen übrigens hier hingehen Dann hört man uns Hier Wo ich bin Musst du auch stehen Wir müssen Weil man Und was das richtig hört Wir wollen das Beste an Qualität raus Also wenn jemand dran ist Umso besser hört man allen Das sind die Gesetze der Physik So Ähm Nein Das ist ein Kondensator-Mikrofon Da muss man möglichst nah dran sein Also Und bitte Habt was Gutes The Power Na gut Die haben so gewonnen Team Bausa am Start Sag mal wo der erste Sternion fliegt Ja Das klärt ne Ja wie gesagt Ja Wir können auch das Weischen auf alle Erkennen Wir hatten das Hund Vor allem der ersten Runde Sehr viel Sterne gesammelt gehabt Haben wir alles verloren wie Nut Mal die großen Sterni Boys Mal die großen Sterni Boys So die haben wir starten jetzt Ja jetzt sind wir zuerst dran Mach so ein bisschen Mach so ein bisschen mal würfeln Junge lass den Bowser würfeln Jungen lass den Bowser würfeln Ja ich war Oh Junge der Shy Guy würfeln Wie OP Ich will auch den nehmen Ich will nimm mal den Shy Guy würfel Kann das einfach was machen was heißt Wenn du sicher eine 4 haben willst Nehmen sie den Shy Guy würfel Was ist denn fucking ernst Mh Das hatten wir richtig hier Moment Also ich lass mal dahin Ich lass alles alles mal hoch Ich lass zum Job Ich lass zum Job Ja lass zum Trump da hinten Und ich geh mal hoch Du baller dich da 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 mal hoch Du musst noch bisschen mehr an die Restung Weil du musst hier Du kannst du nicht bewegen wenn ich drauf sitze Das weißt du David Sag mal Du hast du Geist aber du musst das hier nach dem goldenen Punkt wissen Hm? Hier dieser goldene Punkt der hier ist Das ist optimale Rheinspress Ich hab das jetzt ein bisschen lauter gestellt Aber trotzdem die müssen Zwei das Team Mario Der fette Mario der hat nen Würfel Und er spielt mit Rosalina Und beide Würfeln eine Schitzahl Das denk ich mir auch jedes mal wenn ich sie seh Komm was machen die da Die sind da wieder richtig halt Was tun die da Die sind da wieder richtig halt Die sind da wieder im Kreis Nut Nut Oh shit Was ist der denn da? Er will auf dem Telefon damit Kann man Verbundeten rufen He Ich will nicht Ich will auch eins Ja gar nicht Gemein Oh die machen die selbe Taktik wie Pils 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 Äh Pils Ne Mario ganz erstmal Fetten Feld Fettes Item Feld Hä wie so weit die ist Ich kann doch froh sein wenn die oben ist Habe ich auch geweint? Ne bosser weint Ne bossers man Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Du scheiß kind Komm fangen direkt an Die wissen wie es gibt Keine Übung anfangen Probier's mal junge Geh ans außen rum Du gehst ganz auch Wir gehen beide ganz außen rum Komm hier Ich bin enttäuscht Ich sag dir mal jetzt was du tun musst okay? Ich bin links Hot Garn Ja bist du Links runter Junge Was tust du? Jön gehen Ich bin links Ja ist doch klar du musst so gehen Nein was du Du musst doch da zu gehen Ja Junge er geht nicht Warum tut er das nicht? Oh du Hund Er ist nicht Er ist nicht Das Ding hängen geblieben Wie ein dummes Moment Nein Eins höher Ja stimmt ja Sorry 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 Ja du musst Deine muss da Das hier Er macht's Du machst's nicht Er macht's nicht Er hat Er hat Potentiell keinen bock drauf Nein du musst Genau Komm da Und jetzt da Guck dir an was er tut Junge Nein du musst Du bist Du bist Du bist Ich hab mich Sehr potenziell von den Fahnen gemobbt gefühlt Wir haben ein Spiel verloren gegen die KI Wir haben gegen einen Mädchen verloren und gegen einen ferten Typen Einmal aufs Tisch auf dem Tisch Danke für die Explosion der Ohren der Kopf zu Kopfhörern Joah Oh komm wir krallen uns die Piz Wir krallen uns die geilen Mädels Ja David Nein War klar dass das von mir kommt Ja ja tun es Nee aber Piz schon bist du ernsthaft hier So high quality sit content you know Machst du wieviel Wurf wir mit Piz 因為 muss doch nur zumindest verlieren Oder so und dann dürfen wir uns bisschen hin juegos Hahaha Heinichist sicheres fortbewegen Ich will mit Piz krallen Nähe O eh Ah Wiel kosten uns die machen Mützen Oder Hab Mario Dann Krall ich ins doch mal ein Stern Du mainst zehn münzen oder Du verzweifst bin Zahm rumgehen Joaha esει Kann man es dir an Ich werde, wenn ich jetzt zerbumst werde, das ist deine Schuld. Ich schwöre es dir da, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn sich das Ding mich jetzt, sich auf mich draufknallen lässt. Was? Wenn sich das Ding... Splint? Du musst ein bisschen nachher runzen, du hast bei dir. Ich muss unter dem Steinblock, du auch Junge. Komm, Münzen, Münzen! Keine Münzen. Keine Münzen. Das wäre der Steinblock. Ich bin jetzt halt noch ein Stück. Ja, dann komm es dir an. Danke dafür! Unser Team-Partner wird ausgenietert, verreckt und ich kann den ganzen Ruhm ertragen. Leuch, da vorbei. Ich hätte deiner Meinung nach zwei. Ah, ne, gut. Easy. Ich bekomme sogar noch ein Item, das ich dir mal. Warbox. Als nächstes Mal, wenn du beim Stern bist, oder ich, dann warfst du dich zu mir, oder ich warf mich zu dir. Wuhu, du, 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 du. Da ist der nächste Star. Ein schöner Grenzen, der Stehender, wer von euch schnappt ihn, sieh. Dann muss den reden. Aber ich kann mich nicht mehr zu sagen. Ich werde jetzt, boah, jetzt wollen die 18 Münzen. Achso, der ist ein Verbundesberuf, ne? Ne, Mann, natürlich. Das ist eine Mistkinder. Ja, der hat halt auch erst den OP in Wurfel, ne? Fast die OP wie der von Bowser. Der ist richtig OP, Alter. Aber gut, ne, ich kann auch viele Eiser haben. Ich habe auch kein Minus. Eben, und 1 ist dann besser als 0. Das heißt, 1. Nö, 1 ist immer noch besser als 0. Minus 2 Münzen. Vario, du Schandhaufen. Das ist aber die sich Monty mitnimmt, Junge. Die haben mehr Verbündete als wir. Die werden schneller vorwärtskommen. Wer nimmt nochmal Team... Oh, nein. Oh, komm, die haben jetzt einen fetten Ballwurf hier. Aber den ist voll den guten Würfel. Ich wollte einen fetten Ballwurf haben. Naja, ich hab's nur daneben gesetzt. Oh, da ist jetzt. Glücksfeld, der Hund wird freigelassen. Uff. 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 Der ist für wohl, der ist nicht mal ein Hund. Hey, Junge, natürlich ist ein Kettenhund. Der ist kein Kettenhund. Doch. Nein. Doch. Da ist leer. Jetzt ist er wieder da. Uff. Uff. Hm. Zutaten, aber zackig. Oh, nein. Ach du, wohl. Ach du, das war geil. Komm, von mir geht an. Wie kenne ihr alles in der Ausnahme? Nein, ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Natürlich, ich habe mir noch x-mal gespielt. Nein. Du musst das holen, was er sagt. Natürlich. Aber ich kann dieses vielleicht nicht aufheben. Hä? Wir haben uns in x-mal gespielt. Ich suche dir auf Anhieb drei Parten raus, wo wir das Spiels mal haben. Wo kann... Wo kann... Ah. Wer hat denn ne Muder hier? Oh, ist Saiga dumm? Also du, ist Saiga. WTF? Okay, lass starten. Hä? Ich kann das nicht aufnehmen. Weil irgendwie mega... Blaggy... Baggy... Laggy... 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 Baggy... Oh, komm von Toad. Ach, komm von Toad. Ach, das Spaghetti. Ich dachte, es war Speck. Bring drauf. Uuuuh. Ich hole nichts. Du, ist Spaghetti. Ist eigentlich immer auch dasselbe. Vielleicht hier die... nicht die Spinnerte Tellerwasser wäre. Gib mir ein bisschen Salad. Jetzt. Oh, die anderen zu fassen. Ich hole Baguette. Ist Jane Speck oder Baguette? Go, 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 go. Die haben gleich gewonnen. Nut, Nut, Nut. Weiter, Junge. Ich hole Tomate. Boah, sie kann halt nicht wegrammen. Ich hole zweiter Salat. Verpisst ist Toad. Hahahaha. Nut, Nut. Es soll Salat. Lass, lass... Hier müssen die... Einfach blockieren, Junge. Einfach blockieren. Okay. Das kann... Ist das sehr gut. Wir haben gewonnen. Clap, clap your hands. Plus zwei. Munson. Yes. Warte, diese haben wir einen Like auf unserer privaten Stream. Gibst du dir mit dem Handy wieder Likes, David? Nein, das geht gar nicht. Soll ich Waluigi mitnehmen? Ich hab halt selbst nicht mal geliked. Ja, wir nehmen alle mit, die wir können. Oh, jetzt kommt nicht zu. Diese Würze. Wir haben auch drei Suisse holen. In unserem privaten Stream. YouTube... YouTube klärt, aber es ist definitiv privater Stream. Warum streamst du die immer Videos? Ja, um zu hören, ob das für den Sound her passt, so ne. Ah. Ich weiß nicht, ob es in dem Umstand her ist, aber das ist ganz gespielt. Das ist auch nur bei Together-Projekten. So Würfel mal. Würfel, Bitch. Hau auf die Karte mir. Ich Würfel. Ich geh immer aufs Ganze. Ich geh immer auf safe. Relativ. Weil es halt auch mal erfragt wird. Was ist das? Jawoll. Jawoll. Wie oft krieg ich diese neu? Okay, das war von Spidens heiße. Ach, Junge. Das nächste Mal geh ich auch auf safe. Oh mein Gott, Junge. Vor allem, du grad neu ist, geh auf safe. Komm, ich gedeihen. Joa, es war halt gebracht, ne? Hey, Junge, dieser Würfel macht immer den Shit. Der bringt's gar nicht gefühlt. Rosalina macht Turbo an und Shit, und los geht's mit Montywürfel. Schlag dich, Junge. Schlag mich. Ja, ich weiß genau, was ich mein. Ah Junge wie einfach f... Wie ist halt der 5... Das ist ein Deal Junge Das ist ein Deal Junge Die sind halt Dealer Aber Junge... Nein! Die holst du dich denn? Nein! Was? Was für ein Glück Was für Pisser! Warte haben wir einen Stern Sisser Gesichtspack... Oh nein 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 Komm wir fangen direkt an Dafür sind wir doch immer zu dumm Junge Aber wir auch Hast du es mal bei einem Tenno gesehen Der ist da verdrissig zu dumm Ja Mario Komm wir machen den Rest des Zeils Wir sind eh besser als dir Nein Junge Wir machen real So Zurück zu mir Ja Ich glaube es nicht Doch Der hat viel weiter oben Kleiner Leidensmeister Junge So Ja Schauen wir mal wo ihr zweites Auge ist Oh ihr Elaminaten Auge bei dem oder wir Ich hätte dir gar was sagen vor Augen Ja Ein noch rüber kurz Ja Nein so Ja so Läuft So Oh Alter ist voll nice aus Ja Junge Wie ihr das aussieht Das ist so krass Oh Alter wie sagt ihr das Bussett mit dieser Ich weiß es ist vermutlich wegen dem Mund Ich weiß es ist vermutlich wegen dem Mund Digga Wunder sieht Esten alles aus Ja Junge 90% fast Wir sind Günstler Ja Ist doch was von Wo ist denn jetzt die längste Torte? Sie haben viel mehr Leute als wir. Das kann echt schwierig werden bei manchen Spielen. Weißt du, letztes Mal? Ja, ich geh jetzt hier auf Normalwürfel. Definitiv. B, 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 B. Gut. So, komm, mach mal was Gutes da wird. Und dann... Du bist wieder auf die Wurfel hier. Er hat eine... 3, komm, mach was. Gut. Ich... Ich gab bei uns Pizze auf, ne? Ja. Gut, reiß da, liebes Pizze. Du solltest Bitche sein. Ich sag mal, hier war Luigi ein. Pizze Bowser, endlich sind sie so zusammen. Ah, Junge. Was hätte ich gerade gesagt? Ähm. Ich werde dir helfen. Aber du musst an der Ausnahme bleiben. Aber du musst an der Ausnahme bleiben. Ich werde dir helfen, aber du musst an der Ausnahme bleiben. Ich werde dir helfen, aber du musst an der Ausnahme bleiben. Das hat fast ne andere, ich will was anderes, aber du musst an der Ausnahme bleiben. Keiner noch's wissen. Und wo die Kinder die suchst haben, wie meiner natürlich Gummibärchen teilen. Ja. Oder Tic Tacs. Was war... Ich find Tic Tacs besser als Gummibärchen. Ich fand das ja. Ich hab irgendwie so einen Film gesehen. Da war auch so... Das sind Tic Tacs. War gleich so später. Junge. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der Pisser. Schlecht. So schlecht. Nee. Es lässt sich das Pizze. Nein, du holst nicht den Stern, weil die dumme ist. Also den... Ah, du musst den Schlüssel holen, ne? Bevor die hat... Ich muss mich nicht holen. Ja, vor allem den Schlüssel musst du die holen. Weil dann haben wir den Stern Tisser. Du holst dir den Schlüssel holen, ne? Du holst dir den Schlüssel holen, ne? Du bist schon da oben. Ist das ein Argument? Ja. Ich versuche mir nächstes Mal Luigi zu krallen. Und das Stern, der aber die da unten ist. Oder soll ich mir... Soll ich eher... Nee. Zuerst Luigi, dann... Oh nein. Da ist auch ein Stern. Was? Ich zeig dir was. Wir haben viel mehr Teamkollegen. Ah, was muss man machen? Guck mal was gewesen wäre, wenn wir überhaupt niemanden hätten. Ach so, ist mir gleich runtergefallen. Okay, fangen wir an. Guck dir das an, Junge. Ja, Massenrammeln. Die bocken uns weg, weil die so viel mehr sind. Vor allem allein der, ähm... Nein, ich finde nur verviert. Nee, doch nicht. Nein, nein, nein. So was ist unfair. Ah, vor allem der Hammer ist da. Das war das letztes Mal, wo man die Dinger verbinden musste. Ja, was muss man drücken, ist ein Wechsel. Ist ein Wechsel, hm? Ich tue, ich tue Boys Asuna wegmachen. Ja, mach, 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 gut. Ich habe Boys Asuna weggemacht, mein eigentliches Kind. Mann, du musst außerdem A drücken. Ich habe irgendwie drei Leute getötet, vielleicht. Ich habe auch A drückt dann. Ja, du bist auch gestorben, ne? Ja, ich bin danach gestorben. Ist nicht, ne? Nachdem ich guten Dienst von unser Land erwiesen habe. Ich habe mein Kind getötet. Also Boys Asuna. Hab den abgeholt geworfen. Du bist ne Fahrer, Junge. Gleich in die Klapse. Gleich in die Klapse. Sag ich doch. Der muss gleich in die Klapse. So, ja, jetzt, Junge. Ich will da hoch. Ich will Luigi 4 Wario haben, diesen fetten Stück. Ja, nein. Er hat auch einen E-Tempizwürfel, der ist geil. Ja, der ist gut. Bisschen auf die Null. Ja, nimm den, was sonst würf ich beide Null. Nee. Schallgeil. Schallgeil. Schallgeil wirfen. Ist so super krass. Haarschbonus. Yeah, 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 boy, boy, let me get him on that now, girl. Gut, folge nicht. Du willst einen Stern. Der hat Priorität vor allem. Ja! Ah! Äh. Nein. Ah. Nein. Ich dachte grad schon, Junge. Aber, äh, wo gammel ist rum? Es gammel ist mal Richtung, ähm. Du gammelst dich Richtung, Richtung Key. Ja, dahin musst du. Oder auch nicht. Dann versuch irgendeinem Feld dabei zu ackern. Oh nein. Oh nein. Sammeln wir unten die beiden Münzen ein. Stopp, David. Sammeln wir unten die beiden Münzen. Nein. So. Ganz gerade nach unten zu den Münzen. Ja, jetzt nach oben, jetzt da und jetzt da. Nein, geht nicht. Ja, ich hab da eine bessere Theorie. Joa. Glücksfeld. Ich bin enttäuscht. Okay, eigentlich ist das dumm. Wo kommst du jetzt hin? Was bist du hier jetzt? Glücksfeld. Ja, okay. Willst einmal Glück haben. Siehst du? Jetzt kann er es ganz dir anlassen. Bald. Easy. Jetzt erst recht nicht. Oh. 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 Ja. 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 Und ich fahr da jetzt in meinem nächsten Part. Hoch deine Wochenende. Machts gut. Bis dann. Und ciao. Ciao. Are you ready? Hier roll ich immer noch der Wirbel hin.